Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Gamefactory Tutorials. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr gewartet habt so ewig. Ja, aber heute stellen wir uns eine Frage, nicht warum hat das so lange gedauert, wieso bist du jetzt erst wieder zurück, mach doch mal das. Nein, heute geht es um die Frage, ist es möglich, innerhalb von zwei Stunden ein spielbares Spiel zu erstellen? Und die Frage kann ich euch gleich beantworten. Ja, es ist verdammt nochmal echt möglich, innerhalb von zwei Stunden sowas wie einen kleinen Ego-Sturz zu erstellen. Man benötigt dafür Unity 5, Terra Composer und Realistic FPS Prefab. Und optional für eine bessere Grafik das Relief Terra Pack. Das sind Shader für das Terra. Okay, jetzt ohne weiteres paar Laber gehen wir gleich zum neuen Unity-Projekt. Dazu müssen wir natürlich ein neues Projekt erstellen. Und hier sind wir auch schon. Unten rechts seht ihr die Zeit, 16.50 Uhr habe ich angefangen. Und wir erstellen nun ein neues Projekt. Ich habe es Game Under Two Hours genannt. Wie ihr euer Projekt nennt, ist komplett eure Sache. Gut, das ist nun Unity 5. Ihr kennt es bestimmt schon. Und als erstes müssen wir natürlich unter Lightning, Windows Lightning, dieses Auto-Baking ausmachen. Also wir müssen nicht, aber mich nervt es immer, weil das Terrain ziemlich groß wird. Und da braucht ihr immer ewig mit nachrechnen. Und ah, nee, das mag ich nicht. Also unter Window, Lightning, bitte ausschalten, dieses Auto-Baking. Gut, als erstes importieren wir Realistic FPS Prefab. Denn das ist ein komplettes Projekt. Das überschreibt eure ganzen Einstellungen. Deswegen importieren wir das komplett zuerst. Es kostet 31,89 Euro. Und naja, es ist halt nicht kostenlos, aber damit habt ihr echt ganz, ganz schnell ein Spiel auf die Beine gestellt. Und das ist doch das, was wir wollen, oder? Wir wollen ganz schnell ein Spiel auf die Beine stellen. Ja, klar wollen wir auch programmieren lernen und so. Die Tutorials kommen auch noch. Aber wir wollen ein Spiel erstellen. Und so schnell wie möglich am besten. Also warum nutzen wir nicht einfach das, was uns der Asset Store schon lange gibt? Diesmal nutzen wir es. Gut. Realistic FPS Prefab wird also importiert. Da warten wir jetzt ein wenig. Das dauert ein bisschen. Für euch habe ich es geschnitten. Aber ihr seht hier unten rechts dennoch die Zeit, wie lange man gebraucht hat. Denn ich habe es am Stück gemacht. Nicht getrickst und nichts anderes gemacht. Gut. Wir sehen uns, sobald das importiert ist. So, da sind wir wieder. Jetzt ist es fertig. Als nächstes nehmen wir den Tara Composer. Damit erstellen wir ganz zufällig Terrans. Also Prozedural. Und es werden riesige Terrans erstellt. Also richtig geil das Asset. Das kostet 47,84 Euro. Auch hier ist es das Geld wert. Man kann echt riesen Terrans erstellen. 70 x 70 Kilometer. 100 x 100. Oder 200 x 200. Das ist echt krass. So, das ist hier dieses Relief Terrar Pack. Das ist jetzt optional. Das kostet 63 Euro. Ich habe es. Ihr müsst es jetzt nicht unbedingt machen. Ihr könnt es auch ganz normal mit dem Shader von Unity machen. Okay. Aber das ist eure Sache. So, dann öffnen wir mit Window Terrar Composer dieses Fenster von Terrar Composer und erstellen jetzt unser Terrar. Ohne Terrar, ohne Umgebung können wir nicht spielen. Ich möchte die Größe vom Terrar nicht auf 1 Kilometer haben, sondern auf 2 Kilometer. 2.000, also die Wert. Das heißt 2.000 Meter, 2 Kilometer. Dann nenne ich das als Asset Name. Das bedeutet, wie es im Asset Ordner gespeichert wird, als Island Asset. Und in der Scene wird es einfach bloß Island genannt. Dann mache ich ein Scene Parent. Das wird dann automatisch erstellt. Steht dann da unten links. Oben links bei Terrans. Und dann kann ich auswählen die Tiles. Und man sieht ja, es ist wirklich groß. Wirklich sehen tut man das aber erst, wenn der Spieler auf dem Spielfeld ist. Und momentan sind es eigentlich nur ein Teil. Ich kann ja noch mehrere machen. Also mehrere Kopien. Ich mache jetzt mal 3 und 3. Und dann sehen wir, wie groß dieses Terrar ist. Bombastisch. Es sind 3 in jeder Reihe. 3 nach oben, 3 nach links. Also das ist echt Wahnsinn. 3 mal 3 sozusagen. So, wenn ich 4 mache, ist es schon so riesig. Und das bedeutet 4 mal 4 mal 2 Kilometer. Das ist echt heftig. Das wären sozusagen 8 mal 8 Kilometer. Jetzt schon. Damit es aber schneller geht im Tutorial, wegen auch dem Nav Mesh, der relativ lange braucht, eigentlich fast am längsten, mache ich den einfach nur einen Teil von 2. So, das Digital Light, das ändere ich dann auch noch ein bisschen. Aber zuerst legen wir ein High Map Layer an. Klicken wir auf das Plus und gehen auf Curve Normal zu Default Purling. Purling ist ein, ja, ein Schwarz-Weiß-Bild von einer Störung, sage ich mal, und damit generiert er jetzt seine Berge. Ihr seht, dadurch, dass wir das Terra auf 2 Kilometer gemacht haben, anstatt auf 1, normalerweise, müssen wir das jetzt auch noch hier anpassen, die Local Area. Wenn wir das jetzt auf Set All machen, müssen wir vorher Shift und Set All klicken. Das heißt, er macht es für komplett alle Terrans. Und dann können wir wieder auf Generate klicken und wir sehen, diesmal hat er es richtig gemacht. Er hat diesmal komplett in 2 Kilometer ausgenutzt. Jetzt zoome ich ein bisschen in dieses Schwarz-Weiß-Bild rein, was man jetzt natürlich nicht sieht. Dadurch haben wir nicht so eine krassen Berge und können eine schöne Landschaft erstellen. Eure Landschaft wird natürlich ein bisschen anders aussehen. Da könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren, je nachdem, wie das für euch aussehen soll. Spielt ein bisschen mit den Einstellungen rum und ihr seht, welche Auswirkungen es hat. Mit Zoom, wie gesagt, zoomt man nachher hinein. Mit Strength gibt man halt an, wie stark das alles dann ausgeprägt werden soll. Details, äh, Detail ist, wie stark die Details von den Bergen und so weiter sind. Auch Detail-String, wieder die Stärke davon, wie krass das halt sein soll. Gut, als Textur nehme ich jetzt einfach irgendwelche normalen Texturen hier von Unity. Ganz einfach deswegen, damit man auch mal die Unterschiede sieht. Als erstes möchte ich eine Sandtextur haben, weil zuerst kommt nun mal einmal der Strand. Und deswegen, zuerst der Sand. Da ich jetzt hier nicht wusste, ob alle Texturen drin sind, habe ich nochmal ein Standard-Asset reingenommen. Und zwar unter Asset-Standard-Package-Environment. Damit wir dann die ganzen Texturen auch wirklich haben, die wir haben wollen. Damit wir eine kleine Auswahl haben, sagen wir es mal so. Auch das dauert jetzt wieder ein klein wenig. Und dann, wie gesagt, das ist ein bisschen mehr. So, hier sind wir wieder. Wir haben alles importiert und wir haben gleich natürlich hier unten einen Fehler. Immer mit diesem dummen Wasser. So, da haben wir nämlich jetzt, glaube ich, etwas doppelt. Also gehen wir unter Scripts und löschen Water Tile. Denn dieses gibt es auch bei Realistic FPS Prefab. Nun sehen wir einen anderen Fehler, denn auch das haben wir bei Realistic FPS Prefab. Also löschen wir einfach den kompletten Ordner Utility bei Standard Assets, denn auch den haben wir bei Realistic FPS Prefab. Und den brauchen wir sozusagen nicht. Der wird also komplett gelöscht. So, nun warten wir wieder, bis die ganzen Skripte compiled sind und hoffen, dass jetzt keine Fehler mehr da sind. Nun ist es fertig. Nun fügen wir einfach eine Sandtexture ein. Suchen wir uns eine aus. Weshalb ich da gezögert habe, ist einfach deswegen, weil ich andere Sandtexturen gewöhnt war. Aber das war vom Relief Terra Pack. Gut. Nehmt am besten eine Textur, wo ihr auch eine Normal Map dazu habt. Umso besser sieht es, sage ich mal, auf dem Terra dann später aus. Als nächstes kommt Gras. Die Normal Map dazu. Dann nehme ich, ja, sowas wie einen Cliff. So einen Abhang, sage ich mal. Schnee gibt es nicht. Den gibt es nur beim Relief Terra Pack. Also sucht euch irgendeine Textur aus für den Berg. Da habe ich Rocky Dirt genommen. So. Jetzt macht ihr wieder Set All. Müsst aber Shift natürlich geklickt lassen. Ihr seht, jetzt ist momentan alles braune Matschpampe. Das liegt einfach daran, dass ihr momentan die allererste Textur nimmt und auf das gesamte Terra klatscht. Das ändern wir jetzt, indem wir hier bei Splat auf dieses Plus klicken. Dann haben wir diesen Layer. Da haben wir unsere Texturen. Und wir sehen schon, er hat 3 ausgewählt. Wir haben aber 4 genommen. Also müssen wir da aufs Plus drücken und setzen dort mit dem R alles zurück, sodass es alles gleich bereit ist. Damit wird die Höhe angegeben. 0,0 bis 0,52 ist die Höhe. Und dort sehen wir dann, wo das da generiert wird. Mit diesen Schiebereglern, so wie ich das jetzt mache, können wir das anpassen. Ihr seht, wenn ich das jetzt anpasse, wird das automatisch im Terrain auch mit angepasst. Und somit könnt ihr dann gleich auch sehen, das funktioniert jetzt aber nur, wenn ihr Auto-Generate unten anhabt. Das ist der grüne Button neben Generate. Damit seht ihr dann auch gleich, wo bei euch welche Textur anfängt. Mit Mixed Rate können wir bestimmen, wie dolle die Texturen ineinander vermischt werden sollen. Also Vertex Blend sozusagen. Damit das noch ein bisschen realistischer aussieht. Gut. Unter Messer können wir auch messen, wie hoch das ist. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel die gelbe Zahl High. Da steht in Klammern 0,08. 7,9. 7, ja, 7,9. Oder nehmen wir mal 0,08. So. Die stelle ich jetzt so ein, dass die 0,08 da steht bei dem Sand. Das heißt, die Sandtextur geht bis 0,08. Wenn ihr also eine bestimmte Textur oder später auch Bäume oder Objekte in einer bestimmten Höhe wollt, nehmt ihr das Messer Tool und könnt damit ausmessen, wie hoch der jeweilige Part gerade ist. Und dann gebt ihr das damit an, so wie ich das gerade gemacht habe. So, die Map gefällt mir aber noch nicht. Ich lege jetzt eine neue High-Map an. Dazu gehe ich wieder in den Kartei-Reiter oben High und mache genau dasselbe wieder. Klicke aufs Plus bei High-Map und nehme eine neue Perlin Noise. Also Störung. Und spiele dann ein bisschen mit den Einstellungen rum. Max, Add, Subtract, Change. Je nachdem, wie sich das ändert. Ich möchte ein schönes Terrar machen. Da müsst ihr jetzt selber einfach ein bisschen rumspielen. Macht es nicht so hundertprozentig nach wie ich. Erstellt euer eigenes Terrar. Das sieht wahrscheinlich sowieso komplett anders aus. Also es liegt komplett an euch, wie ihr euer Terrar erstellt. Wenn ihr jetzt hier auf dieses Häkchen klickt, wie ich das gerade gemacht habe, dann seht ihr immer die Unterschiede. Dann könnt ihr ein Layer davon ausschalten, so wie jetzt. Und dann seht ihr immer, was hat sich geändert. Möchte ich das so haben oder möchte ich das nicht so haben? Ich in dem Fall möchte es jetzt nicht so haben. Und deswegen spiele ich jetzt hier noch ein bisschen an den Einstellungen rum. Und hoffe, dass ich die richtige dann gleich finde. Ich lasse das jetzt mit Absicht drin und schneide das nicht weg. Denn so seht ihr, was ich denn alles gemacht habe. Ihr seht, es blendet sich so ineinander ein bisschen hinein. Das ist ja wirklich gefallen, hat mir nicht, also alles nicht wirklich. Und ich denke mal, das sieht man auch. Das ist auch der Grund, weshalb ich da noch einen dritten Layer dazu gemacht habe. Aber wie gesagt, wie das Terrar später aussieht, das entscheidet ihr ja. Das ist ja komplett eure Sache und das stellt ihr auch ein. Was ihr aber schon mal machen könnt, ist beim Layer, direkt beim Layer und nicht bei dem High Select, da steht Smooth, da könnt ihr die Haken schon mal reinmachen. Dadurch wird euer Terrar nicht so abgekantet, sondern ist ein bisschen abgerundet. So, unter Split, unter dem Split-Karteireiter können wir nochmal Generate klicken. Müssen wir aber vorher reingehen und dann klicken wir auf Generate, damit die Textur wieder angepasst. So, und ich mache jetzt wie gesagt einen dritten Layer, weil mir das Terrar immer noch nicht so zusagt. Und ich mache wohl nur dieses Purling Noise. Der Grund, weshalb ich da so reinzoome, ist natürlich einfach deswegen, dass die Berge, sage ich mal, nicht ganz so hoch werden, beziehungsweise mehr in die Breite gezogen werden. Man will ja auch langlaufen und nicht nur hier so eine spitzen Berge haben. Und auch hier spiele ich wieder mit den Einstellungen rum und hoffe, dass ich was Schönes finde, was mir dann zusagt. Mit der Position, was ich gerade verschoben habe, kann man angeben, ob die Störung schon weiter oben angesetzt werden soll oder nicht. Das heißt, man kann die Berge noch höher machen. Man hat aber die Obergrenze von den 500, die wir ganz am Anfang angegeben haben. Ihr erinnert euch, bei 2.500, 2.000, das war die Höhe, die 500. So, das Terrar gefällt mir jetzt schon ein bisschen eher. Ich habe ein bisschen mehr an Bergen und ein bisschen mehr an Inseln oder an Umgebung und nicht nur Wasser. So, ich gehe wieder an den Split-Karteireiter und klicke wieder Generate. Damit sind die ganzen Textungen wieder komplett angefasst. Ihr seht, das ist momentan sehr eckig. Ich habe bis dahin vergessen, überall Smooth einzugeben. Ich sage es euch nochmal. In dem High-Karteireiter, bitte klickt überall bei den Layern auf Smooth. Hier sehen wir, jetzt habe ich dieses Smooth überall reingemacht. Und nun sagt mir das Terrar dann auch ein bisschen mehr zu. Wir gehen in den Split-Karteireiter. So, wir klicken wieder auf Generate und wir sehen, das ist jetzt die aktuelle Landschaft. Das ist einfach nicht our time. Und zwar auch immer mit dem kleinen Absatz. So, ich kann mich aufgeben, das ist ja auch immer mit einemenosel reservativen Ausbringt-Ox. So, wir werden uns das noch niemand in dem Thema Bes��. Und dann schaue es nicht. Wir sind immer mehr so, dass wir dauer Kralk vonposalfь und du siehst nicht in Bayern- بعد oder wie auch nicht vor allem überdelte. Und dann könnt ihr mit diesemushima- distractions und dem letzten abonnen. Und dann schaue ich ihr Schluss drauf. Wir schauen mit euch eineart von der Rнулmetros-Karteireiterinose und LED-Karteireiten, posthang mit dem Radikalismus-ACHen, Ja,orsa und ein 오래üyorsun moet док meats, In der nächsten Folge machen wir dann die Details, nämlich Bäume und Gras. Hier sehen wir schon mal ein bisschen, wie es geht. Ich sage dann Tschüss und bis zur nächsten Episode.